Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu einer Reise ins Spielzeugland von Coop möchte ich heute vor allem die Jüngsten besonders herzlich willkommen heissen. Gut zuschauen und aufpassen. Mit ein bisschen Glück kann man nämlich vielleicht eine Reise in ein richtiges Märllinland gewinnen. Mehr dazu aber am Schluss, denn jetzt geht es schon los. Statt den Lebkuchen der Hexen zu probieren, sollte man vielleicht gescheiter zu Hause spielen. Mit den süssenen Blüschtieren von Coop. Ein Rumpelstilzli sein Geheimnis kennen doch alle. Die neue Blütenzauberbarbie und ihr Zauberhaus mit Garten. Auf diesen giftigen Apfel der bösen Königin verzichtet das Schneewittli gern. Wegen der tollen Küche aus dem Spielzeugland von Coop. Und schneller als die Feuerwehr erlaubt, ist das Wolf bei der Grossmutter. Das aufladbare Akkupack ist nämlich schon dabei beim Preis. Wenn die Prinzessin wieder mal nicht schlafen kann, hilft bestimmt ein Puzzle oder sonst ein spannendes Spiel. Ein fliegender Teppich, das wäre es. Dann könnte man direkt im Legodino Duploland landen. Ebenfalls ideal wäre die Copy Machine, zum Kopieren vom grossen Wunschzegel. Wenn man nur schon eine hat. Wer jetzt nicht alles hätte behalten können, muss nicht verzweifeln. Es steht nämlich alles im neuen Spielwarenkatalog von Coop, wo die Tage mit der Post verteilt wird. Das richtige Märchen ankreuzeln und dann den Coupon an Coop Spielwarenwettbewerb einschicken. Gewinnen kann man mit ein wenig Glück, wie am Anfang erwähnt, Märchenreisen ins Disneyland in Amerika und in Paris, ein Ausflug in den Europapark und andere schöne Preisen. Die Coop Profitkarte sollten Sie immer dabei haben beim täglichen Einkaufen in den Coop Filialen, Coop Warenhäuser, Bau- und Hobbymärkten oder in unseren Partnerfirmen. Dumm. Jetzt habe ich die Karte vergessen. Macht nichts. Dann nehmen Sie doch einen provisorischen Ausweis und profitieren Sie gleich von diesem Angebot. Der neue italienische Café Lussardi für Espressomaschine als Bohnen oder als praktische Portionen zum halben Preis. Coop Profit Plus, Vorzeigen, sofort profitieren. Auch im Rezept können Sie profitieren, nämlich von den Tipps von Armin Amrein. Heute wäre das zum Beispiel eine Herdöpfelfeessoppe. Grüezi miteinander. Seelachsfilet aus der Tiefkühlabteilung habe ich schon in Würfel geschnitten. Zwei grüne Peperoni halbiert, entkernt und in Stöckchen geschnitten. Auch die Herdöpfel habe ich schon vorbereitet. Jetzt eine fein gehackte Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen im Olivenöl kurz adämpfen. Peperoni ebenfalls mitdämpfen. Dann die Herdöpfel dazugeben und mit einer Schoße Pelati und einem halben Liter Bouillon ablöschen. Die Suppe, zugedeckt bei kleiner Hitze, eine Viertelstunde köcherlen. Anschliessend Fischwürfel und abgeriebene Zitronenschale dazugeben und nochmal kurz aufköcherlen. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Paprika abschmücken. Mit einem Plättchen Estragon garnieren und wer es gerne hat, kann die Herdöpfelfissuppe mit einem Löffel Reitgar verfeinern. Auch das Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel für genüge. Nach dieser feinen Suppe von Armin Amrain geht es jetzt weiter mit dem Markenfenster. Die Natur hat Schutzsysteme erfunden. Das des Menschen ist durch heutige Lebensweisen oft geschwächt. Um es zu stärken, hat Nestle-Hirtz LC1 entwickelt. LC1 mit dem einzigartigen Milchferment, das unsere natürlichen Abwehrkräfte verstärkt und so herrlich schmeckt wie ein Joghurt. Gratis-Info-Telefon 155 20 70. LC1 von Nestle-Hirtz. Wenn Moritz seine Brekkis entdeckt, gibt es für ihn keinen Halt mehr. Denn Brekkis enthalten eine ausgewogene und gesunde Mischung wertvoller Zultaten und schmecken ausgezeichnet. Da kann keine Katze widerstehen. In Brekkis steckt, was Katzen schmeckt. Brekkis gibt es im Coop, auch in Schalen und Dosen. Radio TV Steiner überrascht Sie laufend mit unschlagbaren Leistungen. Jetzt zum Beispiel. Gibt es die Mini-Hifi-Anlage Sharp CD C95H mit 192 Watt Musikleistung, Synthesizer-Tuner, Doppelkassette-Deck, dreifach CD-Wechsler und Drei-Wägel-Lautsprechersystem für 499 Franken. Inklusive Fernbedienung sparen Sie bei diesem Super-Angebot von Radio TV Steiner also ganze 400 Franken. Weitere positive Nachrichten jetzt in unserem Aktionsteil. Ein Kilo Bananen kostet bei uns 2,10. Und Mini-Ravioli Napoletana im Duopack 4,20. Dreimal drei Portionen Gerber-Galakäseli ebenfalls 4,20. Ausserdem offerieren wir Ihnen den Satrap-Staubsauger Beta 1200, 40 Franken günstiger. Auch ein Besuch im Coop-Restaurant lohnt sich. Dort empfiehlt Ihnen der Chef geschnetzeltes Drogenauf mit Spätzchen und glasierten Gurken für 8,70. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten, zum Zuschauen. Weiter Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.